Amona, jetzt vielleicht? Oder gibts mir jetzt wieder einen Kopf? Geh mal auf die Matte. Mit Psychospiele musst du mir hier nicht noch. Ja, da hast du es. Dann kommen wir an die Walde. Komm, Andreas, auf geht's. Yes, Sir. Willst du den filmen? Oh, Pauli, mein Freund. Hallo. Hallo. Neue Brille. Willst du den Putz? Ja. Na ja, komm. Das ist ein Scherz. Ja? Ja, aber... Das ist ein Scherz. Ich frage einen Scherz. Sie ist ein Scherz. Hier ist dein Scherz. Ja. Es ist ein Scherz. Ich kann auch noch einmal einen Meter vom Kopf machen. Das ist halt faul. Ja, so 50 Sekunden, ja, wenn du nochmal wechseln kannst, kannst du noch ein bisschen Zeit. Und wenn du es sonst bei 1.40 kippst, kommst du nie wieder mit dieser Aktion. Also immer, du bist einrautend. Also klar, immer wechseln, ist ja schon eng. Aber 45,50 finde ich das richtige Zeit für die Hersteller. Gut, ich sag mal, hier haben wir mit der kurzen Hose ein Problem, da hinten sitzt irgendeiner in der Bluse mit dem CD, oder? Die Sportbluse. Hast du eine Sportbluse, jetzt? Ja, jetzt verprüben wir sie mit der Sportbluse rein gehen. Ah, jetzt wird es ja aufgefordert, dass ich mit ihrem Dashboard dann mal aufstehen und weiter wackeln zu wollen. und anfangen. Wir haben den Shoppermatte, fragt, ob alles okay ist. Dann gibt es ein Zeichen zurück. Mischerfahrer. Schmerz bei dir. Ist der da? Ja, kommt er, hat er bereit, ja? Nein, der Mischer steht da. Ja. 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 Kinder können da heute verantwortlich sein. Ja. 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 Das war der Präsident, der wollte 2-1. Hilf ihr! Hilf ihr! Für uns, für uns, für uns, für uns, für uns, für uns, für uns. Was machen wir denn mit dem? Kommt hier dran, komm raus! Das habe ich gesagt, das ist wirklich nicht so. Na gut, wir haben schon noch Zeit. Lass immer langsam! Ich habe auch noch die Strecke drin. Doch! Ja! Ja! Wenn die Strecke drin sind, werden wir. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.